Auch wir helfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, indem wir zu Hause bleiben. Wenn es nicht wegen des Virus wäre, könnte man die Zeit fast genießen. Wir alle verbringen jetzt mehr Zeit im Kreise der engsten Familie. Wir hoffen, dass die Welt gemeinsam, so bald wie möglich, her über diese Pandemie wird und dass wir danach enger zusammenarbeiten als hier zuvor. Viele Grüße von Milan und Melody und Wilma Ellis. Bleib bitte zu Hause. Bleib bitte zu Hause.